Bis Til Schweiger auf der Leinwand zum alten Mann wird, da dürften noch ein paar Jahre vergehen, auch wenn er den Part des Großvaters schon selbst gern grinsend ins Gespräch bringt. Gut, er ist ja auch erst 50. Und wie sagt Til Schweiger selbst, er wachse und altere schließlich mit seinen Rollen. Irgendwann habe er angefangen, Väter zu spielen, sagte er dem Magazin Stern. Und irgendwann werde er auch einen Großvater geben, verriet er dem ZDF. Sein gefühltes Alter sei von der 50 jedoch weit entfernt. Seinen letzten Geburtstag habe Schweiger bewusst mit 29 Jahren gefeiert. Dann gab es eigentlich keine großen Partys mehr. Das sei die beste Phase. Und es sollte von da an auch sein gefühltes Alter bleiben.